So und ich sehe schon da regnet uns Herzen. Nice. So, da haben wir einen Baby Archi. Ey, brauche ich gleich mal einen Brauchstand auf, die mache ich noch mehr, Kinder. Bett, Brauchstand. Wenn ich Glück habe, kann ich nämlich Blazeroth traden. Dann brauche ich nicht mehr zum Spawner rennen. So, so. Nein! Oh, Schwein gehabt. Archi, du bleibst drinnen. Genau, so. Es wird Nacht, die legen sich einfach hin. Schweinerei. Ich wollte jetzt als erstes das Rad machen. Das und das. Brauche ich vier Stück Minimum. Eins, zwei, drei, vier. Kriege ich nicht hin. Ich kriege eins hin. Nein. Gar keins. Weil ich die woanders machen muss. Schön. Ähm. Hier habe ich nur noch acht. Da muss ich mir jetzt tatsächlich welche davon anpflanzen. Wie mache ich denn das am beklopptesten? Ich glaube, das ist... Nein. Machen wir das hier drinnen. zwei Mal. So, 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 so. So, 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 so. Und wir machen uns noch eins zum V-v-vorraa-at. Und Eimer. Wo habe ich das noch? Das machen wir hier in die Ecke. Da passiert eh nie was. So. Oh Gott, wie viele Eimer brauche ich denn da? Oh Gott, das sind ja einige. 57 Leidern haben wir noch, das ist gut. Das hier. Habe ich ein Backpack noch ein Eimer? Ja, da haben wir noch eben etwas. Ich hätte gerne eine normale Picke ohne Weinmeiner. Ich nehme die mit Zwicktouch. Gut, danke. 57 hatte ich. Ich habe schon 12, 13, 14. So, hier kommt direkt ein Wasserloch. So, geil. Geil. So, äh, ausleuchten. Dann hier zu bauen. Genau, so und eins noch. So, da fehlt eine Leiter. Die kommt jetzt in. Dann kann man das Ding hier schon mal anpflanzen. So, nächstes Wasserloch. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann kommt das hier unten. So, da kommt dann natürlich Korbel. Wo wir nochmal anstellen. Sieht auch gut aus. So, da kommt dann noch ein bisschen aus. Ausbessern. Äh, das da rein. Das, das. Wir verbauen da. Kabel habe ich so viel von. Das wieder da rein. Das Kelp kommt wieder da rein. Das bleibt. Das. Machen wir so. Wasser. Ich brauche Wasser da unten. Erstmal ganz kurz. Ein Labe-Eimer da rein. Ein Labe-Eimer da rein. So, nochmal vier. So. Kugel. Könnte ich mir 16 Quarz ausnehmen? Du kannst sie auch behalten, die 16 Quarz. Ich hab mehr als genug von dem Zeug. Ach, der hast du sicherlich so leppig geformt. Genau. Und Quarz kann man ja auch herstellen. Mit der Waschmaschine und äh... Ja, dafür bräuchte ich erstmal Sand. Ein bisschen mehr. Sandstein. Vier Stück sind eh ein Sandstein, Darko. Ja, ich habe einen Sand, den ich zu Glas gebracht habe. Einen. Ich war ja noch nicht mit der Dingsmuffspickel los. Deswegen nimmt man ja auch automatisch immer mehr mit. Ja, nicht, weil ich das mit der Hand abbauen muss. Wenn du dann nimmst, dann nicht mehr mit. Doch. Wo bist du? Ich baue mir gerade meine Kelbfarben. In welcher Kiste ist das denn? Äh, Erze. Also wenn du reinkommst, rechts die oberste. Rechtsrum. Da sind vier Kisten. Und... Ich bin in deiner gesamten Erzkiste, aber da ist kein Quarz. Ach ne, auf der rechten Seite die Einzelkiste, da ist das Zeug drin. Sorry. Ist zwar ne Doppelkiste, aber danke. Ja. Ich suche halt wirklich, ich halte mich dran und suche ne Einzelkiste. Wenn du mir sagst ne Einzelkiste. Äh, das war knapp. Fackel da. So, jetzt erstmal hier. Runder, Runder, Runder. Hier auch. Und dann machen wir hier auch gleich weiter. So. 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 Ich hab sowieso nie aufgepasst, sollte ich die Tür wieder zu machen? Äh, nö. Erstmal nicht. Also ja, die Außentür von der Mauer ist ja klar. Ja. Aber ich meine Hausmauertür. Äh, die Haustür nö. Die ist wohl dran nicht so wichtig. Egal, jetzt ist es so. Drei. Lass mich. Na, hörst du. Ja, auf. So. Kleiner Zicken. Äh, so. Da war die Fackel weg. Schön. Nein. Da soll später ne Leiter hin. Du, 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 du. Du, du, du. So. Ach, zum Glück gibt's auch n Wasserloch. Ha, ha, ha. Du. Du, 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 du. Ach, mal komm, bau dich ab. Nice. 1, 2, 3, 4. Du, 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 du. So. Da hin. Jo, passt. Jetzt kann ich das Wasser setzen. So. 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 So kompliziert hab ich auch noch nie eine Kelfarm gebaut, dass ich das immer noch selber bemerken muss. So. 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 wie funktioniert das hat das jetzt so versuchst du gerade etwas hinzubekommen wo ich auch ewig versucht haben wieso macht das ein essensgeräusch weil baum also ja ich habe so ein kristall an sandpapier riemen und das das heißt lange gedauert das einmal rechtsklick gedrückt hat ich habe halt immer nur geklickt aber ja wieso macht das ein essensgeräusch vor allem ich habe ganzen einen bis teil von dem zeug wirst du ein paar mehr brauchen ja ich weiß aber ich weiß nicht ich habe mir hatte mir davon ein stack gemacht was eigentlich bedeutet ich kann diese komische bläseranlage doch anwerfen habe noch 24 poliertes rote und ich habe mir gedacht ich habe mir einen großen quarts und zehn elektronen tubes weil ich vergessen habe man kriegt ja mehrere aus einem rezept anstatt nur eins ja eigentlich der held des tages so brot habe ich oh ich habe zwei arschkinder der eine heißt aber selbst stehen und bleibt doch mal stehen brianne die eine ski und brianna ok ich muss mir was mit den türen einfallen lassen die wollen nochmal versuch auszudüchsen und deswegen mache ich da vorne jetzt noch was hin und war ein garten so freundlich funktioniert das jetzt was sie sehen ist er weg was willst du denn genau her herstellen du machst ein wasserblock vor das teil da wo der propeller ist habe ich wirfst du einfach nur rein und dann lässt das ding arbeiten ja aber das ist dann scheinbar keine hundertprozentige chance doch ich habe ich habe ein ich habe ein social reingeschmissen habe das mit der hand kurbel betätigt hat nicht lange gedauert da habe ich das quarts gab und mit der wolle er das gleiche ich habe fünf wolle am stück reingeschmissen gedreht 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 und irgendwann war so weiß über sand ist schon der zweite weg sandstein der sandstein ja habe ich auch von drei habe ich von vier habe ich jetzt ein quarts bekommen wo haben wir denn hier quarts müsste doch wenn dann rein theoretischen prozent chance dastehen 25 prozent chance aus sandstein und aus soul sand vier stück 12 prozent chance dann hatte ich echt mehr schwein jetzt verstand also bei vier stück musste mindestens eins rauskommen so dass das dass das holzerino kommt wieder dabei das hammer auch wie macht man diese komische säge stone cutter hier ich brauche drei clean stone gibt mir das mal her 1 2 3 kommt darauf so und jetzt das für was brauchte ich das jetzt schon wieder acht dafür dass das und das okay dass das und so ein rad cool wow aus 850 habe ich 17 ich muss noch mal quatsch noch ja macht das sieht irgendwie geil aus warum man so gestorben ich muss noch ein stück davon herstellen er hat mich hoch gestoßen und ich bin also er hat mich hoch gestoßen und nochmal hoch gestoßen ja 1 2 3 1 2 3 3 ist er könnte zu mal kurz helfen achte komm dir mal ein zeug rein äh wo der der riesen clown hier ist wo ist er denn da oben ist er das war sowieso ganz komisch ich kann mich nicht zurück tippen wie sonst ja du kannst wieder weg gehen zum glück hat mein tor aber meine mauer mittlerweile mehrere türen ich bin doch keiner war wieder zu mir ich will nicht dass du jetzt die probleme hast nicht dass der durch die warte noch ein winde joggt oder so die habe ich äh na ok das könnte sein ich habe die eigentlich weit genug weg gebaut so jetzt muss ich neun von diesen pedestals bauen schön 1 2 3 4 5 6 7 8 das heißt ich muss noch mal mehr von diesen rädchen bauen äh das war glaube so 8 gold in die mitte und eisen außenrum genau und ich hab 32 hier angestellt weil Ike wieder einfach zu schnell ist man jetzt kommt fett war das nummer zwei du hast irgendwie probleme heute mit denen kann das sein ich will mich halt auf einen konzentrieren und nicht weil ich dann nutze doch die äh pistol die da ist munition müsstest du mehr als genug haben mittlerweile die da rein steckt nur umgekehrt so wenig benutze die ja aktiv aber nicht für sowas halt brauchst du noch hilfe anstrengend ich muss ein bisschen höher zählen das war zu hoch also was habe ich hier für eine hause auf einmal ganz gerne lieber die kleinen abschießen die hindern mich hier weil so so ein aim habe ich dann auch nicht tatsächlich ich weiß was jetzt noch eine granate kann ich auch oder den hammer in mopp in meiner binz so das da so haben wir neun stück ich muss noch mal gucken ach die werden alle nur so angezeigt dann ah ok dieses geräusch das ist aber gerade sehr effektiv die piste war da drin da brauchst du das lecht so quest erledigt da brauch ich das ding und ne piste die piste macht man so ah ja daco wir brauchen noch viel mehr Eisen hab ich was von einem Fall gesagt ja zum Glück hab ich ein bisschen was hier neun stacks und 54 crushed iron alleine wie raus äh wie mach ich jetzt daraus normales einfach nur brennen man hör doch auf mich hochzuballern du wichsviech oder so ach ne im Wasser krieg ich nur Nuggets raus wenn ich ein crushed iron ore in das Wasserbad mache neun krieg ich 10 iron nuggets und hab ne 50%ige Chance auf 5 weitere Eisennuggets ich glaub ich muss das wirklich mal mit dem Windrad zusammen machen hast du zu viel mit Granate ich hab eine ja aber nur eine weil ich glaube du könntest hier gerade 50-60 Mobs auf einmal klatschen wenn die gut trifft ja wie ist denn die Chance dass die trifft ähm die springt halt wie ne Granate mit Linkskrieg bestimmt aktivieren so wie du alles eigentlich wirfst das ich weiß gar nicht ehrlich gesagt wie das ist so ne Intuitionssache sag aber bescheid wenn du die wirfst ich will nicht in der Nähe sein oh warte mal ich möchte erstmal hier auf den Baum hochkommen scheiße mach mal anders abgeworfen wow die ist runtergekullert vom Berg ja scheiße ey das sieht aber geil aus Starko ey 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 Super! Perfekt geworden! Du weißt mal einen Mutanten auf dich! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! 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 Oh! Und tot! Ich dachte gerade der Mutanten wird tot! Nö, echt! Der hat mich auch hoch gebounced! Das sind echt zu viele dort! Ja, ich... Das sind echt zu viele dort! Das Schöne ist durch mein Knockback 2, ich kicke die einfach nur weg, juhu. Und die Beine runter und kriegen durch... Ja, ich hab ja auch Knockback, aber irgendwie bringt das bei den... Das sind drei große sogar Darko. Und lockt den nächsten ja auch noch zu mir. Ja! Immer! Oh, Lutz! War ja irgendwie klar. Ach, war nur eine Bullet. Boah, erschreck mich nicht so. Ja, habt ihr was zu essen, ne? Au. Au. Enaco, die spawnen in deiner Base. Komm mal so zur Info. Ja, das ist, wenn du zu nah an der Mauer stehst, wenn der schreit. Au. Au, hä? Hier ist der Unsichtbarer. Fies! Ist der denn nicht? Der ist ja auch unsichtbar. Ja, aber die haben normalerweise Partikel. Ey! Ey! Wo ist der Mob? Hier. Kann ich... Hast du ihn? Ich glaube zumindest, dass er das ist. Ne, unsichtbarer wären nicht sichtbar auf einmal. Ja. Ey, es ist ein Araber! Da unten steht ein Araber! Nein! Was ist passiert? Äh, irgendein Viech hat mich runtergebaut, denk ich mal. Oder du hast mich getroffen. Nö! Nö! Darko, du könntest sie von hinten weg snacken, das weißt du! Wie die einfach alle mir hinterher rennen, ey! Lockt einfach mal wieder zur Mauer. Ganz sicher nicht, Darko! Da bin ich ja gleich wieder down! Ja, dann lock ich sie halt zum Mauer. Alter, was ist das für eine Horde hier? Ich glaube, das bleibt doch gar ein bisschen mit den Mops. Das geht! Aber hier hat ja auch jeder zweite Partikel. Oh! Ich habe mich selbst auf Fire gesetzt. Nice! Wie habe ich denn das geschafft? Au! Ich werfe die jetzt mit einem Ei ab! Ja! Ja! Ach, Schaden bekommen! Das sind halt gerade einfach nur zu viele Mops. Was? Also kämpfen kann ich gerade nicht mehr so wirklich schön. Äh, Tito! Und down, oder? Ne! Ich habe meine Horde hier gleich fertig. Ja, meine ist fertig. Wo bist du denn? Irgendwo hier hinten, ne? Irgendwo hier hinten. Ich muss nicht lieber jetzt. Äh, Ordnung auch. Äh... Na das! Alter, meiner Wüste! Aber wenn du unter dem Baum stehen bleibst, ist das gut. Können sie nicht hier so hochbouncen. Und jetzt hast du den wieder weggelockt! Oh Mann! Weißt du was? Mach ich das jetzt so hier? Ja! Und ich hatte so einen einzelnen Mutant. Ich glaube, du hast eh genug Vorsprung, um dich einfach reinzubuddeln. Ne, eben Wasserloch aufgekommen. Komm schön! Boah, weh du Snackst jetzt meine XP, die dort rumliegen. Äh, weiß ich nicht, ich habe dein Loch zugebaut. Ich bin neben deinem Wasserloch gestorben. Und er hat's eingesammelt. Ja gut, kriegst du mal wieder. Danke! Dafür baue ich jetzt. Nein! 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 Nein... Nein! 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 Beleribe destroy! Nein! Nein! Nicht! Nein! Nein! Dene 갔ci Standortes! Kein bock. Oh, der andere ist down. Elige Scheiße. Pickel, du kommst wieder in Verwärmung. Da. Autsch. Hast du noch Blöcke, um das Ding dann wieder schön hinzubauen? Welches? Ich habe aktuell gar nichts dabei. Ui, da ist gerade einer in die Luft geflogen, so ein Fetti. Ja, weil ich in die Luft geflogen bin. Au. Oh, ne jetzt. Ganz ehrlich, ich leck mich auf den Arsch. Nö. Meine Rüstung nimmt ja mehr Damage, als wie ich produktiv bin. Ist ja schlimm. Hey, vor allem, wir haben doch... Ah ne, wir hatten noch keinen gekillt. Oh, Rabbid Stew haben wir noch nicht gegessen, Darko. Oh, es gibt fünf Hunger Coins. Kostet ein Emerald. Ich traile bald Essen hier mit dir noch. Und jetzt so weiter geht's. Ähm, Emirates. Da. Guck mal. W- Nein, jetzt habe ich die gehauen. Hä, ich hab doch einen Knopf abgebaut. ich habe bald kein essen mehr wenn das so weitergeht ich bin gerade am traden alles gut muss nur kurz ein bisschen warten ich traide gerade essen alles gut muss nur kurz warten ich bring dir gleich was rum ein mutantes down das soll hier rein das eisen muss ich dann durchbrennen basic bullet ach da habe ich so viel von ganz ehrlich gib mir mal den pistol hier raus jetzt wird aufgeräumt ja erst mal xp einsammeln und gut er gewöhnt mir oh scheiß paum Ey, wenn man mal ein paar Viecher gekillt hat, spawnt er wieder neue, das ist mehr Ich habe hier schon wieder unsichtbare Viecher Boah, der Ene hält tatsächlich Rottenflash in der Hand, weil der unsichtbar ist Alter, war der Mutant down? Ja, der hier ist auch gleich down Aber ich auch Ich habe noch ein halbes Set und down Ach, Fick, ey, nee, Darko, baue was, dass die nie mal bei dir so hinkommen oder gehen die woanders klatschen Das ist ja nicht mehr normal, ey, dass ich jetzt schon wieder an XP eingesaut habe Alter, ich weiß gar nicht, wie viel XP ich das erste Mal da hin bin Ich weiß, ich wusste auch nicht, dass da drei kommen Einer ist normal, zwei sind abfuck, drei hatte ich noch nicht Ja, und hier rennen unsichtbare, zwei unsichtbare rum, toll Nicht nur auf die Aber sie kommen Du Estábw兩, dass sie sich damit Für dich Alter, der hat mich nicht mal erwischt, was soll denn das? Jetzt brenne ich schon wieder, warum? Soll ich denn noch Viecher rumlaufen? Ich hab keinen Bock, schon wieder zu verricken hier. Wer wusste das Viech? Ey, auf dem Weg zu mir! Na, da was. Ey, du hast dazuge... Oh, Mann, 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 ey. Ich hab meine letzte Kartoffel getessen. Ja, komm her. Hab da ein bisschen was getradet. Oh, sechs Herzen. Möchtest du die Schirze wieder? Nö. Achso, okay. Ich muss mich erst mal voll fressen hier. Du heilige Katastrofe. Aber zwei Hammer war ich nicht. Ganz ehrlich, wir überspringen ab sofort die Nacht Darko. Ich hab zwei Quests dann danach gemacht. Das ist mir scheißegal. Hast du mein Haus eingebaut? Was? Was für ein Haus? Du nennst das doch nicht tatsächlich Haus, oder? Es hat vier Wände und ein Dach, also ist es ein Haus. Ach, schau, mein Tablet. Geht aus. Bleibt doch gut. Bleibt doch nichts, was hier neuer ist. Hier. Das jetzt durchbrennen. Wie mach ich jetzt die... Ach, die hat keine Munition mehr, deswegen ist die toll. Ich muss ja auch noch weiter ballern können. Egal. So. Das da rein. Eisen. Kann ich das auch da drinnen brennen? Das geht auch da drinnen. Dann machen wir das so. Kann ich alles hier durchlaufen lassen. Sehr schön. So. 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 Ich liege. Ja, Moment. Ich hab mittlerweile bei mir auch 54. So. 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 schlafen ich brauche erst mal ein projektierprotection 4 buch und was kostet mich das auf dem helm ich muss meine rüstung reparieren bevor sie ganz blog ist gut jetzt ich habe ja zum glück auf 30 die ross ich habe ich werde ich bin mit reparieren neues ich reparieren die komplett ich habe jetzt noch zwei die ist die bei meiner picket ich habe jetzt 9 jahres verbraucht also das reicht erst einmal die piste heute hier draußen aufs pedestal stellen tatsächlich da wo sie hingehört jetzt ich wollte mich um die nächsten waffen kümmern machine piste ich habe weins ich brauche wieder strings meine wolle wieder klein häckseln wo ich noch 90 stück habe weins habe ich auch noch so ich glaube das war so rum und so wir machen wir mal ein halbes deck davon piste da brauche ich eine normale pistole dazu iron sheets 1 2 3 4 5 6 wow du standst jetzt ganz in ruhe dann brauche ich redstone peter und likes doch da brauche ich ganz ehrlich ich stelle jetzt ich habe sechs stück noch 26 ein halbes deck von dem quark her du brauchst dir ordnen masse so hammer das hier machen wir mit gunpowder und einem feuerzeug ok feuerzeug ganz brauche ich 43 stück passt das passt kann man die wieder zusammen craften natürlich nicht also mir fehlt holz da haben wir jetzt das 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 da haben wir den ganz dock und das muss jetzt hier rein 1 3 4 5 6 7 8 und das teil warum macht er mir jetzt nichts ach das mache ich im normalen crafting ah ok dann sag mir das doch mal 1 quest complete like stock was das war eine quest ach doch da unten tatsache man kriegt nichts dafür beschiss äh redstone repeater ich habe kein cleanstone mehr ich habe alles umgebrannt ich habe noch 11 cleanstone oh nice redstone und sticks 1 2 da ist der repeater gun barrel hammer und jetzt waren nur noch die sheets gott ich habe keine maschinenpistole aber diese bullets eigentlich herstellen das weiß ich nicht hä warum macht der nix warum muss ich die dinger an den seiten abbauen was wollen echt immer die form anfassen so genau ich brauche neun stück für die normale pistol der arbeitet gerade nicht warte mal bitte 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 achten warte mal ich glaube ich habe das wir machen dass wir da alles hin da 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 ne macht der mir auch nicht das verstehe ich nicht das verstehe ich nicht das ist ja sch... oh Gott ich kann mich ernsthaft alles weg machen und dreimal drei Ding bauen ich weiß nicht wo hast du denn jetzt so ein 3x3 ding gebaut kann es wahrscheinlich zentral in der mitte oder kann es an dem ausgang liegen muss liegen wo du die sachen raus leitet ich hatte es eh mal in der mitte und eh mal standard da wo ich es immer hab also unten am ausgang dran dann testen wir das jetzt immer so ja es muss ein 3x3 sein darf nicht mehr sein das bedeutet man wird für die zukunft die alle mal abändern müssen oder du brauchst hier mehrere das werde ich nämlich mal ich werde mir noch an die andere seite vom wasserrad nur als kleines 3x3 teil bauen wir haben du hast eine ganz komische form warst du nicht nur 3x3 du brauchst ja auch mal 6x5 deswegen werde habe ich doch gerade gesagt ich baue mir mehrere ich baue mir an die andere seite vom wasserrad das 3x3 hier baue ich mir dieses 5x5 wo die decken fehlen und dann brauche ich ja noch das mit den 57 teilen und so nun kann ich mir auf die rückseite zum beispiel auch noch welche bauen das ist das erste mal gehuppt wie gesprung da guck so das war es nicht was war das für ein block adjus kain dings alles klar habe ich alles damals zwei davon da haben wir einmal das einmal das und ich habe eine maschinenpistole und die wird auch ausgestellt shotgun ja hier brauchst du 3x4 das meine ich du brauchst ziemlich verschiedene formen auch immer ich könnte jetzt zum beispiel hinter das 3x3 ein 3x4 teil bauen dann hätte ich das auch vorrätig ok aber ich muss das hier tatsächlich trotzdem noch mal abbauen so da ich hier später wieder das neue manual nehmen soll wenn das richtig setzen würde so 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 alt zahnrad ran haben wir aber noch mehr als genug mehr als genug die drehen sich alle Nice shot gun ä rouge Shot Multi usa �iche Hast du mal getestet, ob man die vielleicht sogar, ähm, verzaubern kann, die Waffen? Das ist gut zu wissen. Ich brauch extra Verzauberungen nur für diese Mod. Cool. Ich brauch schon wieder einen Flinten-Stil. Man braucht auch sehr viele Feuerzeuge hier gleich mit. Und ich habe keinen Flint mehr. Ich hab alles in Pfeile umgecraftet. Ich baue Gravel mit Glück ab, kann ich Flint. Jupp, 27 Flint. Muss reichen. So. Einmal das. Dann war das, glaube ich, so. Genau. Nächste Quest erledigt. Ähm, jetzt brauche ich das. Eins, zwei. Drei. Hab ich. Und ich brauche darüber den Redstone anderen Dings. Quats. Dazu brauche ich Quats. Das. 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 Drei Torches. Eins, zwei, drei. Das Teil Hammer jetzt auch. Und jetzt brauche ich zwei Gun Barrels. Eins, zwei Hammer. Und die Shotgun. Und die Shotgun. Oh, damals ein Päuschen. Danach mache ich ein Päuschen. Oh, die sieht geil aus. Du gehst auch da rein. Oh. Oh. Äh. Ich muss die weit auseinander bauen. Äh, wo baue ich mir den Quark hin? Ich muss die. Ich muss die. Ich muss die. Ja, ich muss die. Äh, die Treuze habe ich natürlich nicht dabei. Hä? Drei, sechs, sieben, acht? Fehlt doch eins da. So, Piste. Kann man das irgendwie drehen? Ich glaube nicht. Och, Mann. Das gefällt mir da tatsächlich unso wirklich. Brauche ich mir das jetzt just for fun hin? Oh, Gott. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.